Antenne Vorarlberg! Hallo, ich bin Vorarlberg-Reporter Martin Kruger und das sind Sie, die Spielerinnen des FFC Vorderland. Und Ihnen ist was Wunderbares gelungen. Seit 17 Jahren sind Sie wieder eine Mannschaft im Frauenfußball, die es in die Bundesliga geschafft hat. Annalena Wucher, das ist eine spitze Leistung, da freuen Sie sich auch wahnsinnig drüber. Ja, auf jeden Fall. Seit 17 Jahren endlich mal wieder Vorarlberger Mannschaft in der ersten Bundesliga. Und ja, unglaublich einfach. Ihr seid ja eine relativ junge Mannschaft, euch geht es ja noch nicht so lange. Nein, uns gibt es jetzt seit fünf Jahren und für das sind wir schon relativ gut eigentlich und echt. Nach fünf Jahren Aufstieg in die erste Bundesliga, ich glaube, das schaffen nicht viele. Das ist echt super, ja. Wunderbar. Du, sag mal ganz ehrlich, Fußball ist ja immer so eine Sache. Was meinst du, wer ist besser? Die Mädels oder die Jungs? Das ist natürlich schwer zu sagen. Es gibt überall Unterschiede. Ich würde sagen, bei der Mörtel ist es eher noch mehr körperbetont, obwohl man das vielleicht nicht meinen würde, als wir bei der Buben. Aber ja, ich sage mir gleich gut. Passt schon so. Wenn ich jetzt schon mal wie so Profis bin wie euch. Ich bin ja ein totaler Laie und habe ja fußballtechnisch nichts drauf. Gibt es da irgendwas, was du mir beibringen kannst? Ja, mir könnte mal passen und vielleicht auch noch zwei Schüsse machen. Passt? Probieren wir doch. Dafür reicht es kondimäßig bei mir nicht aus. Hast du vielleicht etwas, was ich machen könnte, was nicht so anstrengend ist? Ja, dann schießen wir mal ein paar Elf Meter, oder? Probieren wir das einmal. Ja, Nathalie Bachmeier hat alle Bälle gehalten. Nathalie, du bist ja super im Training. Ja, ich hoffe ja, dass ich es in kommende Saison auch so bin und dass wir mit mir in der Bundesliga spielen. Ja, die Spielerfrauen vom FFC Vorderland, die haben es drauf, Profis durch und durch. Von diesen Damen werden wir noch viel hören.